Wir sind heute hier mit der Kampagne Ein Einzelfall bleibt selten alleine um unter dem Motto mit der Demo auf den NSU 2.0 Prozess der nächste Woche in Frankfurt startet aufmerksam zu machen Unsere Forderung und das Motto der Demo sind Unsicherheitsbehörden auflösen und den NSU 2.0 komplex aufzuklären Es ist schon immer die Aufgabe von AntifaschistInnen gewesen rechte Netzwerke aufzudecken aufzuklären und diese zu bekämpfen Deswegen sind wir heute auch in Solidarität mit inhaftierten AntifaschistInnen wie Lina Day und Findus auf der Straße um zu sagen Antifaschismus ist kein Verbrechen Antifaschismus gehört entkriminalisiert Eine bewaffnete Behörde wie die Polizei muss sich nicht fürchten sensible Daten von politischen GegnerInnen weiterzugeben Das ist kein Einzelfall aber trotzdem ein Skandal Wir sagen auch Peter Beuth und die Polizisten vom ersten Revier und aus den rassistischen Chatgruppen müssen vor Gericht sitzen Wir erwarten von dem Prozess nichts weil wir uns auf den Staat nicht verlassen können Peter Beuth ist ein Schwein Amde die Polizisten vom ersten Revier und aus der Rassisten Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.